Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu Part 4 Oder so Von Maritannis Aces Heute geht es weiter mit Propellerschiff Und ja, ich habe das Spiel das war ja lange nicht gespielt und auch nicht hochgeladen Und deswegen Seid mir nicht böse, wenn ich überhaupt nichts verkanne, aber ja Angeblich soll sich auf einer Klippe gegenüber von ihr eine alte Welle befinden Es kann gut sein, dass die zweite Machtstände sich dort befindet Es gibt nur ein Problem Ohne sich tüchtiges Schiff kommen wir da nicht hin Und ein Tod ist kein Boot Fragen wir doch einfach mal bei dem Schiff, das da liegt, ob wir mitfahren können Was heißt ein Tod ist? Kein Schiff doch Was wollt denn ihr hier? Wir haben heute schon genug herumgeschippert Feuerabend Eben so einen schönen guten Tag Entschuldigung, aber wir müssen dringend übersetzen Noch ein einziger Überfahrt wäre das nicht drin So, so, drüben steht wohl eine wichtige Party an Habe ich nicht recht? Hör zu, ich könnte euch schon rüberfahren Mir ist ein bisschen langweilig Gerade gemerkt, dass im Hintergrund der Ton an war Hör zu, ich könnte euch schon rüberfahren Mir ist eher ein bisschen langweilig, aber nur, wenn ihr mich in einem Tennis-Match mit zwei Gewinnsätzen schlagt Okay Aber wo? Oh, sieh mal Mario, da ist ja ein Tennisplatz am Deck des Schiffes Wie praktisch Ach so Wo ist es? Ein Schiffsteck, das ist vielleicht nicht der gängigste Ort für einen Tennisplatz Aber wir sind sowas wie Tennis-Rebellen Alles klar Lass uns krachen, Kumpel Wo ist es? Na, na, mach doch Falscher Knopf Mann, bin ich behindert Überspringt, hallo? Mann, halt der Maul Als ob ich das jetzt nochmal machen muss Du Spaha Du Haarssohn Sorry Warte, ich muss jetzt halt ein Mikro ein bisschen richten Ja Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie, ob ich mich weniger verstehe oder so Aber ich muss mich halt echt so richten, damit ich so viel wie möglich vom Bildschirm sehe Ich könnte ihn eigentlich auch ein bisschen weiter nach Ja, die ist schon besser. Gut. Geht schon. Behalte stets den Mast im Auge und besiege den Cooper. Was hier ist die Mast? Ja, ich weiß schon, die Mast. Aber was zur Hölle? Ah, ich spiele jetzt mit dem Holzschläger. Was? Was, Fila? Okay, was war da jetzt für ein Fehler? Hä? Bist du behindert? Drecksspiel. Ich schlage halt am Anfang einfach mal normal auf. Und ja, jetzt easy. Der ist nicht stark bis jetzt. Hü, so komm schon. Fuck. Das war schlecht. Gut. Gut. Erstes Dings haben wir dann gleich mal gewonnen. Also den ersten Ersatz. Ich kenne mich halt nicht für Tennis aus, Alter. Lass mich doch... Mois. Okay. Nee, nee, nee. Ich gehe eher hier rüber zu dir. Gut. Gut. Mois. Jetzt hat er Aufschlag gut. Jetzt wird er wahrscheinlich eher ein bisschen stärker und so. Aber das juckt mich null. Weil ich dich halt trotzdem... Warte, ich wusste das im letzten Part. Wie ich das mache. Nein, ich wusste das im letzten Part. Wie das geht. Fuck. Als ob. Stopp. Nein, das mache ich. Komm schon. Nein, das war schlecht. Ich wusste, wie das geht. Aber egal. Ich hätte ihn abschießen können. Bahak. Komm schon, du Bastard. Fehler. Was? Wieso darf er das abschießen und ich nicht? Du. Dreckiger Bastard. Das gibt's doch nicht. Ja, ich hätte... Nee. Sorry. Aber nee. Was ein Huhnzuhl. Nee, ohne Mist jetzt. Jetzt wirst du zerberstet, du Bastard. Wenn ich Aufschlag habe, ist es halt mega easy. Aber wenn ihr Aufschlag habt, wird es halt schwerer. Egal. Richtig unnötig einfach. Richtig unnötig, ne? Jetzt wirst du mal ein bisschen Gas geben. Mann, ich muss eh dich zuerst treffen, weil dann ist wieder ein Fehler. Weiß ich nicht, was du hast, Alter. Boi. Mach ja kein... Mach kein Auge, Bruder. Haram. Komm schon. Was los, Bruder? Was? Das ist richtig unfair. Aber komm schon. Spielball, komm, das holen wir uns jetzt. Nein. Fuck. Komm schon. Spielball noch, immer. Wir können das schaffen, Jungs. Gut. Haben wir geschafft. Als. Ob. Nein. Erstmal mega gut geschossen, aber dann halt nicht gezielt. Ich bin so dumm. Ich kann das leider noch. Ich tue mir leid. Bastard. Gut. 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 Komm. Komm. Nein. Wieso hatte ich keine Energie mehr? Ich habe nicht geschaut. Ja, ich hatte echt keine Energie mehr. Fick dich, du Bastard. Du gewinnst ja nicht. Du gewinnst ja nicht. Nein. Das ist inakzeptabel. Du wirst ja nicht gewinnen. Was heißt hier, du gewinnst ja nicht? Du Spass. Verpiss dich. Was? Es geht noch weiter? Muss ich zwei Punkte vorne sein oder wie geht das? Ich verstehe diese nicht. Bastard. Komm. Alter. Nein. Nein. Ganz knapp nicht erwischt. Fuck. Come on. Komm her, Bruder. Träkiger Bastard. Mach jetzt kein Auge mehr hier. Ja. 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 Gut. 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 Es geht viel besser, ganz ehrlich gesagt, wenn ich mein Mikro ein bisschen weiter runter tue und ich glaube an der Audioqualität sehe ich auch nicht so viel. Mann. 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 Du gewinnst nicht. Stopp. Mehr da. Gut. Gut. Ich hätte jetzt auf dem Ziel können, aber... Hab ich nicht getan. Ja. Nee, aber... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Please. Nein. Ich dachte, ich schieß dir irgendwie rüber. Ah, schade. Tie-Break. Oh mein Gott. Mann. Ich habe ihn wohl noch geschafft. Bastardo. Kann ich nichts tun ohne Ausdauer? Tut mir echt leid, aber... Spasti. Gut. Ah, bitte. Come on. Come on. Come on. Alter. Ah, es war aber nichtsens aus. Der hat so weit drüber geschossen, das war richtig unnötig. Was? Für mich sogar 2-1? Das ist gut. 3-1. Gut. Gönn dir, Bruder. 4-1. Komm schon. Ja, du. HS. Nein. Komm schon. Jetzt hat ich wieder ihr Aufschlag. Biss dich. Gut. Was? Nein. Ich dachte, es war gerade noch drin, aber nee, schade. Du Hurensohn. Ohne Mist. Du holst dir hier nichts. Nein. Sorry, dass ich dich jetzt dauernd beleidige, aber nee, du gewinnst hier nicht. Was willst du von mir, Alter? Was willst du? Mach... Mach hier kein Auge, Alter. Ja. Gut. Mua. Ist jetzt schon vorbei oder noch nicht? Nee, jetzt geht's noch weiter. Okay. Mann, Alter. Jetzt rastet er wahrscheinlich wieder komplett aus. Oh, ich hätte eigentlich Dings... 15. Ja, Mois. Komm schon. Ja, sein Schläger ist kaputt. Gut. Gut. Welchen Schläger nimmt er jetzt? Okay. Oder? Er muss doch jetzt auch einen anderen Schläger nehmen, oder? Kriegt ihr den immer wieder? Nein. Schade. Schade. Gib Gas. Du HS. Nicht nochmal, Alter. Nein! Wie? Wieso macht er das zweimal hintereinander jetzt? Was ist denn die... Alter, was zum Fick, Alter? Ja, Moin. Alter, das war kein Aus? Was? Breakball. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut. Nein! Nein! Alter, wie lange hier so ein Match dauert. Haha. 13 Minuten einfach. Aber wir zögern das halt auch immer scheiße lange raus. Ist halt einfach so. Vorteil, 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 Vorteil! Komm schon. Ist so ein scheiß Match, dauert halt echt fast den ganzen Part jetzt teilweise. Einerseits, weil ich zu dumm bin, einfach gegen den Typen zu gewinnen, Alter. Hör auf! Nein! Wieso immer? Wieso bekomme ich sowas nicht mehr? Oder bin ich zu dumm, dass ich das nutze? Bastard. Komm schon. Wie ist das eigentlich eher dauernd aufschlag? Verpiss dich jetzt. Ah! Ich einfach nie nach vorne komme. Einmal er, einmal ich. Einmal er, einmal ich. Einmal er, einmal ich. Richtig behindert einfach nur. Jetzt bin ich wieder vorne. Er sitzt, es trifft wieder ihr. Es ist so klar einfach. Schöne, du H.S. Nee, wirklich jetzt. Triff doch mal. Nein! Es ist so klar. Drück auf Hause. Oh, lol. Ich muss mich gerade kratzen. Tut mir leid. Gut. Jetzt bin wieder ich vorne. Gut. Als nächstes wieder er. Es ist so typisch. Natürlich ist jetzt er wieder vorne. Das Match zieht sich so krass. Oh, mein Tisch bekommt immer mehr Löcher. Fuck. auch wenn ich ihn jetzt gar nicht so... Was? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, du Hurensohn. Nein, nicht getroffen. Was? Was? 15 Minuten dauert das Match jetzt. Oh mein Gott, was? Wir haben doch noch nicht einmal neu angefangen. Das war gar nichts. Oh, Hurensohn. Ohne Mist jetzt. Gut, jetzt ziehen wir dich ab. Jetzt ist es vorbei hier mit Spielspaß. So. Jetzt hast du verkackt. Jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Wenn ich Aufschlag habe, habe ich halt immer easy gewonnen. Aber wenn er Aufschlag hat, muss ich halt kämpfen. Was zum F... Oh, natürlich macht er das wieder und ich habe keine Energie. Oder was auch immer das hier ist. Ich habe aber noch immer Spielball. Das ist gut. Und ich habe auch den Satz gewonnen. Okay, 1-1. Gut. So wie es aussieht, ist es jetzt nur noch einmal. Oder? Oder wie verstehe ich das jetzt? Gut, einmal habe ich getroffen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Konzentrier dich doch. Einmal in dein fucking Leben. Gut. 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 Jetzt wird rasiert. Komm, wir sind zwei Punkte vorne. Das kann ich jetzt nicht mehr aufholen. Brauche ich keinen Einstand mehr holen. Piss dich. Gut. Gut. Komm ja hier. Gut. Moin. Was ist jetzt wieder? Ich verstehe das doch alles auch gar nicht. Nein. Fuck, 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 fuck. Ich weiß auch nicht, was ich hier den ganzen Part hier schon tue. Alter, was zur Hölle. Nee, wer? Wo hat er denn hingeschossen? Was? Der ist sowieso so mega komisch geflogen. Was zum Fick? Richtig dumm einfach. Den hat er noch als Opa. Als. Nein. Ich habe nicht gesehen, dass das so weit vorne, äh, so weit hinten ist. Was zum Fick, Alter. Einfach so richtig unnötig. Komm schon. 30 beide. Wie hätte er das einfach gesagt? Komm schon. Gewinn jetzt nochmal. Jetzt gewinnen halt einfach gleich mal. Zweimal hintereinander. Gut. Ja, hat er nicht mehr erwischt. Er bewegt sich auch mega schnell. Matchball. Matchball, komm. Matchball. Hä, ist das jetzt... Gut. Fick dich. Oh. Oh mein Gott. Oh, Leute. Sonst gibt es noch was. Holy shit. Wieso... Mua, da ist ein... Vieh auf meinen Propschutz. Was zum Fick machst du hier? Piss dich. Ich brauche heute nichts, nur als wir anfangen. Es ist... Der Part ist vorbei. Was zum Fick? Es ist einfach vorbei. Nee? Oh, was? Der ist gewonnen. Hurra. Und ich dachte, ich hätte auf dem Schiff einen kleinen Heimvorteil. Also gut, dann setze ich euch über wie Feinbart. Hurra, klasse. Gut gemacht, Mario. Ja. Fahren wir jetzt hier wirklich mit dem Boot? Warum können... Warum... Oh, lol. Okay, es sind jetzt zwei Wege, aber wir müssen ins Geisterhaus. Okay. Jetzt gehen wir wahrscheinlich ins Boot. Ja, Alter. Aber gut gemacht ist das halt... Ich finde das schon nice. Gut, weiter hier. Mois. Jetzt sollten wir halt hier hoch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich dann gegen den Buhu spielen. Alter, gibt es hier noch viele Kämpfe und so. Und hier geht es dann auch weiter. Da geht es dann wahrscheinlich danach weiter. Schneeberg Bahnhof. Alter. Nee, ich würde aber sagen, das war es mit dem Part. Ich will das jetzt gar nicht mehr, solange die Länge ziehen. Und im nächsten Part werden wir wahrscheinlich gegen den Buhu zu kämpfen, weiß ich nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. 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 Tschüss.